Das wird einer der heftigsten Pranks, die ich je gemacht habe. Freunde, wir werden jetzt zu zwei von meinen Jungs fahren und wir werden eine PS2 und eine PS3 kaufen. Das heißt, wir werden eine Playstation 2 und 3 haben und wir werden die in dem Karton von der PS5 für meinen kleinen Bruder reinparen. Ich glaube, dieses Mal bringen wir Jalal wirklich zu mir. Hier schon mal die nächstes Zeug. So, Freunde, PS2 und PS3, check. So, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen hier wieder zurück bei JamoTV. Wie ihr schon am Titel lesen könnt, ja, endlich mal wieder einen nicen Prank. Vielleicht erst mal Hand küssen gehen, so, Mama, bitte, ich liebe dich, bitte, 50, 50, ab. Ja, Freunde, an alle Muslime, die feiern auf jeden Fall Eid Mubarak und auch an die, die nicht feiern, gönnt euch diese Feiertage. Sagt einfach, ja, ne, sagt einfach in der Schule, ihr seid Moskern, ihr kriegt frei, wisst ihr was ich meine? Auf jeden Fall, ja, heute der geile Prank, schaut, ihr habt mega, mega Bock, lasst auf jeden Fall ein Abo da, liken, kommentieren und Leute, schickt mir einen Screenshot, dass ihr hier die Glocke auf YouTube aktiviert habt, auf Instagram. Wir müssen uns überall supporten, folgt dort auf jeden Fall und, äh, demnächst kommen sehr, sehr viele krasse Sachen auf euch, so, aber ich wollte euch gar nicht so lange hier voll labern, sondern einfach sagen, let's go mit den fucking nicen Pranks. So, Freunde, wir werden jetzt hier einmal die Playstation 3 und die Playstation 2, 3 plus 2, gleich 5. Freunde, wir werden natürlich heute Jalal die PS5 noch am Ende schränken, aber erstmal müssen wir uns fragen, denn hier haben wir die PS5. Und dann, das auspacken, das reinpacken und, äh, dann ein bisschen Jalal traurig machen, wenn das ganz gut läuft, ne, wenn der Prank ganz gut läuft, dann wird der Bein. So, und, was ist das, keine Ahnung. Freunde, wir haben die PS5. Hier, verstecken wir erstmal. So, und jetzt packen wir, in diese Hülle, machen wir einmal die PS2 rein, und die PS3. Und, schon sieht's wie, ja, in der ganzen Falle PS5 aus, und es ist sogar schwer. Oh mein Gott, ich werde ihn so sauer machen, Leute. So, drückt's schon mal auf Abonnieren, kommentiert den Kanal, folgt auf Instagram, Leute. Dort seht ihr schon, wie wir ein paar Runden mit der richtigen PS5 zocken. Ja, supportet da, Freunde, ihr wisst Bescheid, Team Jalal muss überall sein. Aber jetzt wird wieder richtig krasser Content kommen. Ich würde sagen, gehen wir hoch und machen den Prank. Wir haben die anderen Geschenke vergessen, Leute. So, jetzt kommen wir hoch. Leute, ich habe echt Angst, dass wir schnell weinen, oder so. So, jetzt kommen wir hoch, ne? Ich kann nicht mehr. So, Freunde, wir sind da, es geht nicht los. Boah, ich bin richtig aufgeregt. Ich habe drin schon eine Kamera platziert. Und, ich bin so gemein, ich habe ganz gut. Okay, so, eigentlich reißen. Okay, es hat keine Maschinen. Jalal, Fifi, Fakir, Geschenke, Bisu. Bicu, Fadia, Geschenke, Geschenke. Wie geht's euch? Das ist ein Schenk. So, hier, da, 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 da. Fadia. Heute ist Zaid. Ja. Wer ist als erster? Ich. Du? Bicu als erster? Bicu. Bicu. Ich weiß es gar nicht. Mach mal auf! Mach mal auf! Mach mal auf! Wow! Oh! Big! La Yeshua! Big! Bitte schön! Vielen Dank! Schön, schön! Das Ding ist, bei Jalel ist ja schon klar. Jetzt? Ich hab dir ja versprochen, aber du kriegst als letztes, ok? Nein! Er wollte sich, er wollte sich. Er wusste sowieso schon. Aber, ok. Wen machen wir als nächstes? Ich! Bitte schön! Das ist... Oh, deine Schuhe! Oh, sehr schön, sehr schön! So! Letzte! Für Fifi! Ah, ja! Vorlesen! Vorlesen! Ich bin neugierig! Schnell! Auf, Oma! Und... Wow! Wow! Ich bin nervös! Schön! Schön, ja! Schön! Wirklich schön! Wirklich schön, ne? Ich schmeiß das weg! Jep Jalal! Alle... Alle waren in dieser Partie, ja? Nur süchtig, ne? Alles, der bräuchte sich! Halt die Hunde geboren! Süchtig? Bist du süchtig? Nein! Das ist nicht süchtig! Er spielt Noah! Freust du dich, ne? Ja! Bitte schön! Kannst du hier auch machen? Jep Jalal! Jep Jalal! Mach mal hier! Auf dem Tisch! Jep Jalal! Extra für dich! Jetzt habe ich eine Playstation! Ja! Richtig gut! Er hat ja vier! Jetzt bist du fünf! Ja! Das ist... Was ist das? Das ist zwei! Das ist Playstation eins, zwei und drei! Ja, nein! Schau mal richtig! Hol mal raus! Das ist die neue! Sieht so aus! Was ist das? Das ist Playstation zwei, Playstation drei! Ja, zwei und drei ist doch fünf! Hahaha! Zwei und drei ist doch fünf! Ich dachte, ich kriege gleich fünf! Hä, Jalal? Aber zwei und drei ist doch fünf! Komm, komm! Jalal? 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 War das nicht, ist es nicht! Der bringt dich nicht, ne? Warte mal! Warte mal! Was soll ich machen jetzt? Was denn? Ist das traurig? Hast du wirklich nicht gekocht oder? Doch, ja! Hast du eine? Wir müssen Jalal hinterher! Wo hast du diesen Karton geholt? Ich hab doch eine Pils für ihn! Wir müssen Jalal hinterher! Jalal! Jalal! Hallo Jalal! Lass mich in Ruhe! Warum bist du sauer? Ja! Wenn du mir eine Pils für zwei gegeben hast und eine drei! Ja, aber du kriegst halt die Pils! Hast du geweint oder was? Ja! Das war doch nur Spaß! Hallo! Du kriegst eine Pils für mich! Wo ist die? Komm mit runter! Komm mit runter! Du denkst du, er hat mich richtig verarscht! Er hat sich für dich gekauft! Er hat jedes Jahr für dich was gekauft! Er hat für dich jetzt auch gekauft! Ja, guck Jalal! Komm, zieh dich an! Ich fühl schon Angst, aber... Wie sehr er sich freut jetzt! Okay, Freunde! Jetzt gehts runter! Verarscht mich nicht wieder! Ja! Ja! Nein! Jetzt wirklich eine Pils! Aber sag ehrlich! Der Prep war gut! Ja! Mit zwei und drei! Was steht da nach hinten? Da hinten! Mach auf! Siehst du? Und was ist das? Was steht da drauf? Dann aufpassen, aufmachen! Was steht hier? Was ist das? Halt! Halt! Ist das schwer oder kannst du halten? Was sagst du? Du wirst jetzt süchtig damit? Ja! Ich hab auch noch raus! Hallo! 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 Warte! Warte! Du kriegst die Playstation 5 nur, wenn du jetzt deinen Song singst! 3, 2, 1! Und ich zack den ganzen Tag! Ja! Ich hab den Tag! Und ich mach das, weil ich's mach! KT! Denn egal! Äh! Also! Letzte Frage jetzt! Wirst du wieder süchtig oder bleibst du wenigstens diesmal normal? Süchtig! Nein! Nein! Leute! Na ja! Das können wir sehen! Ich hoffe, der Prank hat euch gefallen! Lasst ein Abo da! Ein Like! Ein Comment! Euer Ciaro! Ciao, ciao! Wir sehen uns auf Insta! Bis zum nächsten Mal.